Der Zoo Dresden hat uns zur Pond-Challenge herausgefordert. Heute bei 32 Grad. Challenge accepted! Ich nominiere den Zoo Kali in Kolumbien. Carlos, it's your turn! Ich nominiere den Amerika Tierpark Limbach Oberf Kona. Ich nominiere den Zoo Kali in Kolumbien. Wir nominiere den Zoo Kali in Kolumbien. Wir nominieren... Herdmännchen und ich, wir nominieren den Zoo Neubies für die Pond-Challenge. Prost, Max! Und ich nominiere den Tierpark Petersberg. Ich nominiere die Kollegen in Targo Mures. Bring it on! Ich nominiere den Tierpark Eilenburg. Ich nominiere den Tierpark Eilenburg. Oh! Eieieiei! Vielen Dank für die Nominierung zu Dresden. Ich nominiere die Kollegen aus dem Zoo Osnabrück. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.